Hallo und herzlich willkommen heute mit etwas anderes wie Final Fantasy und zwar Metal of Fantasy. Es kommt ein neues Update wo wie ihr seht vielleicht schon wer den Anime nicht kennt ist von Neon Genesis Evangelion. Ich hatte Glück den Charakter zu ziehen und der ist jetzt momentan drin ich weiß nicht ob man ihn später noch mal ziehen kann oder nicht dementsprechend wollte ich ihn unbedingt haben da ich sowieso ein Fan bin von Neon Genesis und wollte halt auch das Event halt spielen habe schon lange nicht mehr Tower Fantasy gestreamt sind schon ein paar Monate her bin auch nicht frei dem Spiel dafür wir haben genug zu tun erstmal muss ich mal die Waffe hier mal leveln wir können sowieso die Rüstung nicht verbessern ist auch wieder ungewöhn mit Tastatur zu spielen so wir müssen zuerst mal ihre Lanze der Longinius mal aufleveln wir haben die Waffe schon ein zweimal es war genau der es war bei N mach also ich weiß genau da ich weiß ja ich weiß ja ich weiß ja vielleicht ich weiß jetzt ich weiß ja So, das müsste das Maximum sein, äh, die aktuelle Waffenstufe ist niedrig, ähm, ja, das verbessern wir auch, äh, die tausche ich aus, obwohl die eine ist ne F, das heißt, die könnte ich austauschen, ähm, ja, was klatschen wir jetzt da drauf? Ich glaube, ich... Ähm, ja, 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 ja. Wieso geht das jetzt? Ich müsste den Controller hier ausschalten, sonst springt er immer darauf rüber, das wollen wir nicht. So, Waffen, äh, verbessern, aber im anderen Sinn. So, da müssen wir jetzt gucken, ähm, ja, ich weiß nicht, ich nehme die runter, nehme ich auch runter, nehme ich hier auch runter, die nehme ich auch runter, die nehme ich auch runter. So, da müssen wir dann weg, darf ich heißen, dass sie immer noch irgendwelche die sache ist auch die wir haben eigentlich keine hieler waffe auch ich könnte die eigentlich austauschen ja 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 doch das ist soweit okay haben wir die eigentlich schon aufgelöst hier können wir noch etwas verbessern so da haben wir dann eigentlich das maximum was haben wir noch was haben wir denn bei outfits was habe ich denn hier ein neues eine schleife ich glaube sonst gibt es nichts neues bei fahrzeugen haben wir was haben wir bei relikten haben wir die jetzt neu es kommt das ding wir haben wieder keine kuh machen wir eine anfrage ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube was gibt es denn hier ach ja der ist null stimmt den haben wir ja auch heute gezogen das heißt ich könnte euch den seine waffe auch aufleveln so weit wir hier so haben wir die teile auch aufgelöfelt gut ja ich weiß ich habe aber nicht so viele matrizen module ist aber jetzt nicht so wichtig gut okay was haben wir denn noch ich habe hier aber alles genommen was es gibt da haben wir auch alle belohnungen so weit ich weiß haben wir dann irgendwas vergessen da gibt es nichts was gibt es denn noch bei belohnungen hier steht es als hätten wir was vergessen aber hier haben wir aber alles gemacht Stufe 40 haben wir noch nicht erreicht bestätigungs code gibt es nichts das müssten wir sowieso alles gemacht haben hier gibt es noch mal für die neue wünsche dann schon ja aber auch was komisch wir haben eigentlich alles schon ja das wird sinkt dann der hunderschönet das wird du kannst du nicht der fett okay ich traf die stress ja 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 jetzt im shop aber alles gemacht was haben wir denn nicht gemacht oder ist es ein bach wir haben doch alle belohnungen genommen die da waren hm Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, egal. Fangen wir mal an. Dann geben wir uns noch ein Stück Cola. Ja, und dann geht es weiter. So... Dad! 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 Da haben wir alle Lager gemacht. Hier gibt es ein Lager wo wir noch nicht gemacht haben. Das heißt wir gehen da hin. Wir müssen mal auch wieder das Gefühl bekommen zum kämpfen. Das ist ein Lager. Das ist ein Lager. Das sind diese Pilze. Dann müssen wir jetzt erstmal hier. Das ist ein Lager. 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 Ah! Dad! 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 That was quite easy. Das ist doch eine Feuerwaffe. Das heißt, wir müssen hier trotzdem eine Waffe durchführen. Okay, das Ding ist sowieso ein Healing. Da sieht man, dass ich schon lange nicht mehr gezockt habe. Dann muss ich das Ding hier drinnen behalten. Ich verstehe nicht, dass das kein Feuer macht. Es ist ein Feuer. Das ist ein Feuer. Was ist das? Sonst... Ja, dann machen wir es anders. Dann gebe ich ihm die Teile wieder zurück. Machen wir es so. Dann machen wir einen Waffenwechsel. Mische die, Waffenwechsel und nehme da die Teile hier. Ich stelle mir jetzt die Frage, ist dieses Teil jetzt stärker? Hat eine Kampfkraft von... ...die Stärke. Mit 1800. Wenn ich die hier benutze und verbessere... ...die ist ja auf Maximum. Die ist dann da auf 1900. Ist wesentlich stärker. So. Die kriegt er noch. Das da drin. Das da drin. Das da drin. Und hier nehme ich dann... ...natürlich finde ich hier. Ich mache den stärkeren drin. So. So. Habe ich nämlich hier alles drin. Dann hat das Ding eine Power von 2500. Das ist geil. Das ist sogar stärker von... Das ist das stärkste überhaupt, was ich jetzt habe. ...die kickt. Ich muss jetzt gleich zweitens verstehen. Obwohl die Waffen hier richtig geil sind... ...wäre es sogar klüger. würde ich hier wechseln und mit denen spielen. Ich spalte den drin, weil das Problem ist. Weil das andere ist halt, der hat nochmal einen Schaden. Eich lass mal. Lassen wir es mal so, weil dann haben wir 2200, 2700 und 2500. Das Beste ist so, wenn wir sie auf den Einblüten machen können. Das Beste ist so, dass wir die Einblüten machen können. So, stimmt, wir wollten ja hier in die Richtung. So, wir wollen ja hier in die Richtung. Das war's für heute. Was ist das? Sieh! Komm her! Oh! Oh! You're dead! You're dead! You're dead! Oh, mods to be free! Brother Brian! Let's get this- Let's drop this ass in. ception dobry. Cold spray! actin- Dad! 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 Das war's für heute. 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 Okay... 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 Ah, ok, das heißt die mystisch hier. Ok, die wird nicht erkannt als separate Taste, dafür geht es nicht, dann misse ich die wirklich auf. Was hat Y denn? Was hat Y denn für eine Taste? Y hat doch keine Taste, oder bin ich dumm? Nee. Die Taste ist bereits zugewiesen, Taste und Kürzel ändern. Ja, aber wo ist die denn schon benutzt? Die Taste! Die Taste! Die Taste! ok 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 Geh! 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 Sitzen! Geh! 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 Es gab doch eine andere Möglichkeit, glaube ich, fast nicht so. Mit dem einen Relikt... Moment. Doch. Ich glaube, aufstellen. Hm. Es ist nicht so, dass ich mit dem Teil... Nee. Anscheinend nicht. Oder mit Vest für einem Relikt. Ja. Ja. Hm. Nee. Ja. 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 Der Gegner trifft, kann es als Verbündeter kontrolliert werden, unwirksam gegen Bosse und nur in der Oberwelt wirksam für 30 Sekunden in Abklingzeit. Oh, ich hätte angehört. Jetzt vom K Avatar und hin zu den Karten. Soll ich den Karten und an die Karten zu eher auf einer Karten, oder zu einem Karten? Soll er ein Drive-Gerchen und wie gut auf die Karten wirkung? Der Dreher kann man mit den Karten und der Karten. Soll der Karten wie hier mit wiesen. Jetzt noch einmal ein Neukurt. Ich habe ein Karten und habe einen Karten, wenn man nicht hin zu. Sollte und sollte sollte und und Aber wo finde ich Köter? Das ist mir lustig. Dad! So, ich habe hier eigentlich alles soweit gemacht, da habe ich auch soweit. Ich glaube, ich mache jetzt mal Quests, um mal etwas voranzukommen. So, ich glaube, ich mache jetzt mal etwas voranzukommen. So, ich glaube, ich mache jetzt mal etwas voranzukommen. So, ich glaube, ich mache jetzt mal etwas voranzukommen. So, ich glaube, ich mache jetzt mal etwas voranzukommen. Das war's. Dad! 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 Hey that is the leads of the Elmumum! Be careful... I'm back here for the Redmumum. Um... Das ist das, was ich jetzt hier. Was muss ich für sie tun? Ich warte, ich höre auf jemanden und brauche etwas. Was muss ich für sie tun? 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 Okay. 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 Dad! 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 Wo soll ich diese Kopfsalate finden? Die sind mir lustig. Ich glaube, ich bin sehr alt. Ich bin sehr dankbar. Oh nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020